Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel von der Diktatur zum römischen Kaiserreich beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Kritum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Von der Diktatur zum römischen Kaiserreich Im ersten Jahrhundert v. Chr. gelangten im römischen Feldherrn Politiker und Angehörigen einer vornehmen adeligen Familie Gaius Julius Caesar die Eroberung des keltischen Galliens, große Teile des heutigen Frankreichs und Belgiens. Caesar wurde vom römischen Senat, einer Versammlung römischer Adeliger, zum Diktator auf Lebenszeit ernannt und somit zum mächtigsten Mann im Staat. Einige bisher einflussreiche Männer wollten verhindern, dass Caesar römischer König wird und der Senat dadurch endgültig am politischen Einfluss verliert. Caesar wurde deshalb von ihnen im Jahr 44 v. Chr. ermordet. Nach dem Mord an Caesar kam es innerhalb des römischen Reiches zu Bürgerkriegen, an denen 10.000 Soldaten beteiligt waren. Octavian, einem Adoptivsohn Caesars, gelang es schließlich in einen Bürgerkrieg mit seinen Verbündeten, die Mörder des römischen Diktators zu besiegen. Da Octavian für sich die Alleinherrschaft erreichen wollte, kam es wiederum zu kämpfen mit seinen ehemaligen Verbündeten. Octavian konnte sich gegen seine Gegner durchsetzen und Alleinherrscher werden. Octavian erhielt vom Senat, den er nun von nun an vollkommen beherrschte, den Ehrentitel Augustus, der Habene, verliehen. Eine der bedeutendsten Jahreszahlen, die man sich im Hinblick auf die Zeit von Augustus merken sollte, ist sicherlich das Jahr 1, in dem nach christlicher Zeitrechnung Jesus Christus geboren wurde. In der Regierungszeit von Augustus kam es ebenfalls zu einer Vergrößerung des Gebiets des römischen Reiches. Unter Augustus wurde unter anderem Ägypten und Gebiete südlich der Donau im heutigen Österreich und Deutschland an das römische Reich angeschlossen. Um das Reich besser verwalten zu können, wurde es in verschiedene Provinzen eingeteilt, die jeweils von einem Stadthalter verwaltet wurden. Der Herrscher des römischen Reiches, wie zum Beispiel Augustus, bestimmte, wer in den einzelnen Provinzen jeweils der Stadthalter wurde. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Österreich zur Römerzeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017